Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Liebe zu Gott Der Teufel treibt sein Unwesen in dieser Abtei Ich bitte dich, lass sie nicht leiden für das, was ich gesündigt habe Diese Folter bereitet mir dieselbe Qual wie dir Bruder Salvatore ist unschuldig an den Verbrechen, die eure Abtei mit Blut beschmiert haben Nein, ihr werdet nicht gehen, ihr nicht! Ihr seid an allem schuld! Rektor! Das ist alles euer Werk! Mein Meister würde euch vor den Papst bringen und dann werdet ihr auf dem Scheiterhaufen brennen! Der Name der Rose Das ist es Eine Geheimschrift aus astrologischen Zeichen mit Zitronensaft geschrieben Schütze Sonne Sonne Merkur Skorpion Meister Wartet auf mich! Schaut! Was ist? Meister! Die Bücher! Rette die Bücher, Junge! Ich versuche euch zu retten! Wollt ihr dem Teufel abschwören und annehmen, Jesus Christus als euren Herrn und Heiland? Der Teufel, dem ich abschwöre, bist du! Sie glaubten an Gott und waren des Teufels Ihr könnt sie alle verbrennen! Aber damit werden die Verbrechen, die in dieser Abtei geschehen sind, nicht aufhören! Sean Connery F. Murray Abraham Der Name der Rose Ein Film von Jean-Jacques Arnault Produziert von Bernd Eichinger